Na du, lauerst du, mein Schatz? Ja? Du siehst aus, als ob du lauerst. Lauerst du, dass Fräuchchen da aufmacht? Oder lauerst du, dass Fräuchchen da durchgeht, damit du über meinen Kopf hinweg brettern kannst? Hm, ich glaube, ich werde dir mal eine Uhr oder sowas hinhängen. Weißt du? Weil so vor sieben, halb acht, stehen die Wauzis einfach nicht auf. Und bis dahin ist da drüben Sperrzone. Das weißt du inzwischen ja, ne? Ja, ja, aber man kann es ja mal versuchen. Der eine probiert es oben, der andere probiert es unten. Ich könnte euch ja was verraten. Knüdi, wenn du unten mit deinem Schnäbelchen in den Vorhang beißt, da so in einer bestimmten Ecke, und wegziehst, dann könnte das Fräuchchen durchbrettern. Ja. Fräuchchen kommen Füße kitzeln. Fräuchchen hat keinen Bock auf Füße kitzeln. Wenn du den Vorhangs nicht aufmachst, darfst du auch nicht meine Füße kitzeln. So, so. Dann eben nicht. Dann kitzle ich jetzt andere Füße. Bis später. Bieter. Bieter.